Im Burgenland habe ich jetzt ein paar andere Möglichkeiten, da ich ja die Burgenland-Card nur dann bekomme, wenn ich im Burgenland übernachte und diese dann auch nur für die Dauer des Aufenthalts gültig ist. Trotzdem gibt es im Burgenland tolle Alternativen zur Planung beziehungsweise auch zur Durchführung von diversen Ausflügen. Auf der einen Seite gibt es meine Burgi, das ist quasi eine virtuelle Reisebegleiterin und dann gibt es noch die Burgenland-App, aber zuerst einmal zur Burgi. Die Burgi, so wie man sie hier sieht jetzt, links oben im Bild, ist eine Verknüpfung auf meiner Startseite und wenn ich da draufklicke, dann sieht das aus wie in einer App. Wenn ich im Burgenland übernachte und eine Burgenland-Card ausgestellt bekomme, dann könnte mir der Unterkunftgeber diese Card auch virtuell hier in der Burgi oder bei der Burgi hinterlegen lassen. Das heißt, wenn ich mich mit meiner E-Mail-Adresse dort angemeldet habe, habe ich einfach die Möglichkeit, dann meine Karte beim Ausflugsziel vorzuzeigen mit meinem Smartphone. Grundsätzlich ist es hier sehr übersichtlich gestaltet. Das heißt, ich habe einfach verschiedene Kategorien, in denen ich mich bewegen kann. Ich kann auch Aktivitäten planen, also man sieht ganz unten den Aktivitätenplaner, aber wenn wir uns da durchklicken, oben in der Menüzeile, wir sind jetzt quasi auf der Startseite, wenn ich auf Region klicke, dann bekomme ich sämtliche Veranstaltungen aus den verschiedenen Regionen vorgeschlagen, die ich dann noch nach verschiedenen Kategorien, eben wie Essen, Trinken, Sport und Freizeit, Wellness und Gesundheit und so weiter und so fort ordnen kann. Unter dem Punkt Informationen, oben rechts, sehe ich dann eben verschiedene Webcams beziehungsweise könnte auch Wetterinformationen abrufen. Das hilft dann schon bei der Planung von einem Ausflug, wenn man weiß, wie das Wetter wird beziehungsweise wenn man es wirklich gezielt nachschauen kann, direkt dort bei dieser Anwendung. Natürlich, wenn ich eingeloggt bin und auf eine Veranstaltung klicke, dann könnte ich diese Veranstaltung mit Gefällt mir markieren, dann ist sie bei meinen Favoriten hinterlegt und ich sehe hier natürlich auch wieder die ganzen Zeiten, Termine, Merkliste. Ich könnte sie auch planen, ich habe hier einen Routenplaner dabei, das zeigt mir an, wie lange ich dorthin fahre und wo das genau ist. Und so kann ich mich da eben durcharbeiten durch die verschiedenen Angebote, die es hier gibt. Unter dem Punkt Erleben, wenn wir weiter oben weitergehen, würde also hier bei Erlebnisse, würde zum Beispiel stehen, wenn es irgendwo eine Ermäßigung gibt, mir wurde zum Beispiel eine Ermäßigung auf eine Kutschfahrt angezeigt oder eben wenn es besondere Dinge gibt, die man erleben kann im Burgenland, dann wäre das hier vorgemerkt und unter meine Tickets wären dann Tickets hinterlegt, die man schon gekauft hat beziehungsweise wenn man etwas gebucht hat, dann könnte man das hier finden. Beim Planer, wenn ich jetzt bei dieser Veranstaltung vorher auf Planen gedrückt hätte, dann würde ich hier diese Veranstaltung im Kalender sehen, aber ich habe sie nur auf die Merkliste gesetzt, das heißt ich habe sie jetzt einfach auf der Merkliste und kann sie mir von dort aus schnell und einfach aufrufen, ohne dass ich lange herumsuchen muss. Also wie gesagt, wenn man im Burgenland Urlaub macht und eine Burgenland-Card bekommt, dann hat man hier in der Burgi-App die Möglichkeit, diese Card zu hinterlegen und dann eben beim Ausflugsziel quasi vorzuzeigen. Das ist einmal die eine App und dann gibt es noch die andere App, das ist die Burgenland-App. Das ist dann eher für die, die wirklich wandern und Radfahren wollen. Also hier haben wir ganz andere Möglichkeiten als bei der Burgi. Ich habe hier nämlich meine Karte und ich sehe schon, ich habe hier ganz die Wanderwege und Radrouten und so weiter und so fort. Also hier kann ich einfach wirklich meinen Aktivurlaub quasi planen. Unter Planen, und das ist wahrscheinlich die interessanteste Möglichkeit hier in der App, kann ich mir zwei Punkte markieren von A nach B beziehungsweise auch Zwischenstops markieren und dann wird mir die Route angezeigt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Eisenstadt tippe, jetzt habe ich schon zwei Punkte eingefügt, okay, und dann nach Mattersburg. So, jetzt zeigt es mir die Strecke von A nach B und dann kann ich eben einstellen, ob ich gehen möchte oder wandern, Radfahren, laufen und so weiter und so fort. Also hier kann ich wirklich meine Route individuell planen beziehungsweise hier oben in der rechten Ecke mit A, B, C kann ich auch noch Zwischenstops einfügen, damit die Planung gespeichert wird. Daneben, wenn wir wieder unten in der Leiste schauen, haben wir den Punkt aufzeichnen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wanderung mache oder eine Radtour mache, dann könnte ich hier auf Start drücken und dann würde meine Tour quasi live aufgezeichnet werden. Das heißt, es würde festgehalten werden, wie lange ich gebraucht habe, wie viele Kilometer. Es waren, so wie man es aus vielen anderen Wander-Apps und dergleichen auch kennt. Unter meiner Seite kann man dann natürlich auch wieder die eigenen gespeicherten Routen oder Aufzeichnungen einsehen. Um das nutzen zu können, muss man sich auch mit der E-Mail-Adresse registrieren, ist allerdings kostenlos und dann hat man eben vollen Zugriff auf die Funktionen in dieser App. Das waren die beiden Apps aus dem Burgenland, die man nutzen kann. Es gibt dann auf der Internetseite von der Burgenland-Card einen Folder, den man vermutlich auch bei der Unterkunft bekommt, wenn man übernachtet, wo sämtlichen Vorteile von der Burgenland-Card, also Ermäßigungen oder freie Eintritte aufgeführt sind. Den könnte man auch auf der Internetseite herunterladen.